Herzlich Willkommen bei ORGA TV. Morgen ist Europatag hier an der Universität des Saarlandes. Und zwar ein Europatag, organisiert vom Atelier Europa von Studierenden für Studierende. Und zwar ist dieses Atelier Europa hervorgegangen aus einer AStA-Initiative zur Stärkung des Europaprofils. Das ist eines unserer Themen heute, der Europatag am morgigen Donnerstag am 7. Mai hier an der Universität des Saarlandes. Ansonsten hatten wir heute etwas recht Interessantes in unserer Medienmanagement-Vorlesung. Also HR-Organisation und Kommunikation, die ja so eine Mischung aus Medienmanagement und Personalmanagement darstellt. Und zwar haben wir uns über Medienteoretiker unterhalten. Diese Medienteoretiker sollen uns dabei helfen, Entscheidungen darüber zu treffen, welche Medien wir zu welchem Zweck im Rahmen von Kommunikationsprozessen in Unternehmen einsetzen. Die Aufgabe der Studierenden ist es, als Hausaufgabe für die nächste Woche sich zu überlegen, in einem fiktiven Fall für ein Unternehmen sich eine Kommunikationsstrategie zu überlegen, das Kurzarbeit anmelden muss bzw. anmelden möchte. Das heißt, das Unternehmen muss jetzt überlegen, wie wollen wir die Idee, wir müssen Kurzarbeit anmelden, passt ja zur aktuellen Situation in der Wirtschaft, wie wollen wir diese Nachricht, diese Situation sowohl intern unseren Mitarbeitern als auch nach extern an die Öffentlichkeit tragen. Und die Studierenden sollen dann aus der Sichtweise, aus der Perspektive der Medienteoretiker argumentieren, wie eine entsprechende Kommunikationsstrategie aussehen soll. Da gibt es eine ganze Reihe von Medienteoretikern, die in Frage kommen und wir haben zu vielen Medienteoretikern auch kleine Kurzfilme. Diese Kurzfilme wurden vor einigen Jahren auch von Studierenden erstellt und zwei dieser Filme wollen wir uns heute anschauen. Zum einen einen Film über Niklas Luhmann und einen Film über Marsha McLuhan. Beide sehr bekannte Medienteoretiker und mal sehen, was unsere Studierenden sich so vorgestellt haben, wie man deren Ideen filmisch umsetzen kann. Film ab! Wir wollen heute wissen, wer ist Niklas Luhmann und was ist die Hauptaussage seiner Medienteorie? Der Soziologe Niklas Luhmann behauptet ganz klar, Massenmedien konstruieren unsere Wirklichkeit. Seine medienteoretische Position in zwei Sätzen ausgedrückt ist erstens, Massenmedien bilden unsere Realität nicht ab, sie konstruieren sie und zweitens, alles was wir bei unserer Gesellschaft und unserer Welt wissen, wissen wir aus den Massenmedien. Wir haben heute ein Experiment gestartet, um die Wirkung der Konstruktion der Realität darzustellen. In einem ersten Schritt haben wir Massenmedien gespielt und wie Luhmann in seinem ersten Satz der Theorie behauptet, eine fiktive Realität geschaffen. Die Realität soll sein, dass hier, wo jetzt noch Maulwurfhügel sind, die Stadt Saarbrücken im Sommer 2005 an der Saar ein Strand entstehen lassen will. Dieses Konzept wurde von anderen Städten wie Paris, Düsseldorf oder Köln schon erfolgreich umgesetzt. Im Moment ist es eher kalt und frostig, hier barfuß zwischen den Maulwurfhügeln zu stehen. Doch Herr Raschke von der Beach Cooperation Hamburg verspricht uns Saarbrückern, dass uns das im Sommer 2005 richtig Spaß machen wird, hier am Staden barfuß zu laufen. Herr Raschke, wie kommen Sie auf die Idee, hier in Saarbrücken einen Strand zu konstruieren? Ja, dieses Konzept hat in anderen Städten auch schon wunderbar funktioniert. Und gerade Saarbrücken, eine Stadt mit vielen Studenten, Familie mit jungen Kindern, wird dieses Konzept hier auch mit Sicherheit hundertprozentig aufgehen. Nun wollen wir unsere fiktive Realität im Praxistest analysieren. Und Luhmanns zweite Kernaussage, dass wir alles, was wir wissen, aus den Massenmedienwissen untersuchen. Dies machen wir, indem wir eine kleine Umfrage starten, hier am Starten. Dieses Konzept habe ich mit mir in Großstädten schon gesehen und es hat mich überzeugt. Also ich komme aus Hannover und dort haben wir selber einen Stadtstrand direkt am See. Und im Sommer macht es einfach Spaß, dort zu sitzen und mal ein kühles Bier trinken. Was wollen die? Das finde ich ein bisschen bescheuert. Also ich habe da im MSR schon mal was gehört, im aktuellen Bericht hatten sie, glaube ich, mal was gesagt. Und in der Saarbrücker Zeitung hatte ich es auch gelesen, dass da wohl irgendwelche Planungen schon bestehen, so prinzipiell. Und das fände ich sehr gut. Also ich kann mich erinnern, dass wir als Jugendliche in der Saar geschwommen sind. Also die Saar soll ja insofern wieder sauber sein. Guck, dass die Wolken blau sind und die Löcher mit Sand so begraben werden, weil das so eklig sind, die da sind. So ein bisschen Sand wäre schon auch nicht schlecht. Die Frage ist, ist es wirklich so, wie Niklas Luhmann sagt, dass wir alle unsere Informationen aus den Massenmedien aufnehmen? Fragen wir uns doch mal ganz einfach, woher wissen wir was? Woher wissen wir zum Beispiel, dass 1969 der erste Mann auf dem Mond gelandet ist? Woher wissen wir, was am 11. September 2001 in Amerika passiert ist? Woher wissen wir, dass es einen Irakkrieg gibt und dort täglich Soldaten getötet werden? Woher wissen wir, dass die Haushaltskassen leer sind? Die Antwort auf all diese Fragen ist ganz eindeutig. Wir wissen dies alles aus den Massenmedien. TV Total. Heute unser Alltag. Anders in den 60ern, frühen 70ern. Das Fernsehen pubertierte, alles war aufregend. Man reiste damit zum Mond, schaltete von hier nach dort. Das war seine große Zeit. Marshall McLuhan, den Bildschirm fest im Blick. Ein Prophet der modernen Medien, für deren Wirkung er gerne hübsche Schlagworte fand. Das Produkt ist nebensächlich, das Image ist entscheidend geworden. Was er zu sagen hatte, war neu. Das Medium ist die Botschaft. Damit wurde er berühmt. Das Buch zur Botschaft. Selbst ein Tribut an eigenwillige Formgebung. Voller Sprüche und grafischer Querschüsse. Wirr und doch ein Millionen-Bestseller. Obwohl im Titel irritierenderweise Medium is the Message zu Massage mutierte. Ein typischer McLuhan-Scherz, den sein eigenes Schlagwort zu langweilen begann. Dabei ging es ihm um eine grundlegend neue Sicht auf die Wirkung von Medien auf den Menschen. Oh je! Musik Baby, I'll kill the radio star, Baby, I'll kill the radio star, Baby, I'll kill the radio star. Ach, ich hab doch heute Morgen was in den Zeitungen geläst. Habt ihr das auch mitgekriegt? Du bist auf der Autobahn unfallig gewesen mit dem LKW, also, hast du da von euch was da mitgekriegt? Ja, ich hab heute Mittag beim Essen noch, hab ich ein Radio rausgekriegt, das war, glaub ich, ein Interview mit einer Frau, als die Frau war, ein nervig, völlig am Ende, total auffällig. Sie sind mit 70, ist ja schon mal der Aufruf, die ihr draufgefahren, also, es muss ja furchtbar sein, da bleibt ja nichts mehr am Ende so. Seit Abend von der Arbeit nach Hause gekommen bin, hab ich einen Bericht im Fernsehen darüber gesehen, ich denk, das war derselbe Unfall, ich hab, sie haben Bilder gezeigt, furchtbar. Der Buch ist aufpassen, muss wirklich vorab, erzählen. Ja, 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 ja. Die Erfindung des Buchdrucks, so McLuhan, habe die Psyche des westlichen Menschen grundlegend verändert, habe eine zunehmende Visualisierung des Wissens bewirkt. Schon in den 50er Jahren ging McLuhan der Frage nach, welche Wirkung in der Folge die elektronischen Medien auf den Menschen hätten. Mit originellen, nicht immer faktisch belegten Thesen wurde der kanadische Literaturprofessor selbst zunehmend Teil seines Forschungsobjektes und eine Kultfigur. Bei seinen rasanten Gedankenfahrten durch die Welt der Medien verprellte McLuhan viele Akademiker und war auch vielen seiner Studenten keine große Hilfe. McLuhans wichtigster Einfluss besteht darin, dass er für alle Ewigkeit das Betrachtungsfeld von Kommunikation verändert hat, die Art und Weise, wie wir heute Kommunikation und Medien erforschen. Wer auch immer wissen will, wie Medien funktionieren, kommt an. Ja, zwei sehr interessante Interpretationen der Ideen von Niklas Luhmann und von Marshall McLuhan. Die beiden immer wieder zitierten oder die immer am meisten zitierten Sätze der beiden Medienteoretiker. Zum einen Medien konstruieren Wirklichkeit und das, was wir wissen in der Welt, wissen wir aus den Medien von Niklas Luhmann. Und die Idee, The Medium is the Message von Marshall McLuhan. Zu diesem Thema Medienteoretiker werden diese Woche noch eine ganze Reihe zusätzlicher Filme, also zusätzlicher Medienteoretiker, auf der Orga-TV-Webseite abzurufen sein. Also, wer sich weiter für diese Medienteorien interessiert, auf www.orga.tv gibt es diese Woche noch einige Filme on demand zum Abruf bereitgestellt. Ich habe etwas Neues hier im Studio. Ich habe ein bisschen zusätzliche Ausstattung bekommen, einen kleinen Tisch. Auf dem Tisch ist auch ein schöner Würfel. Orga.tv, Saarland University TV steht da drauf. Der soll mir ein bisschen Gesellschaft hier im Studio leisten, denn wir haben zur Zeit, das im Studio so geregelt, bei Orga.tv, wir haben keine Kameraleute mehr. Das läuft alles automatisch. Die Kameras sind voreingestellt und entsprechend die Regie fadet dann die entsprechende Kameraposition, die entsprechende Kamera entsprechend ins Bild ein. Was noch hier auf meinem neuen Tisch liegt, ist dieser Prospekt. Erster Europatag an der Universität des Saarlandes. Ich sagte es ja bereits eingangs der Sendung, morgen ist Europatag. Morgen, Donnerstag, 7. Mai 2009, der erste Europatag an der Universität des Saarlandes. Das ist veranstaltet und organisiert vom Atelier Europa. Das Atelier Europa, auch deshalb sagte ich bereits, ist hervorgegangen aus einer AStA-Initiative. Und das Ziel des Atelier Europas ist es, den Bezug, den Europabezug der Universität des Saarlandes etwas zu stärken. Dementsprechend haben wir eben morgen diesen ersten Europatag. Ich möchte gar nicht auf so viele Punkte hier im Programmheft eingehen, denn wir haben gleich noch einen Filmbeitrag vorbereitet, wo die Mitorganisatoren zu Wort kommen und entsprechend ein bisschen was über das Programm des Europatags erzählen. Aber es sind eine ganze Reihe von wirklich interessanten Programmpunkten, bis dahin sogar, dass man in der Mensa morgen ab 11.30 Uhr ein Europabuffet bekommt. Und also auch bezüglich Mensa-Essen ist alles abgestimmt auf diesen Europatag morgen. Und was die Mitorganisatoren des Europatags zu sagen hatten, sehen wir jetzt im Orga-TV-Interview der Woche. Hallo, Europatag am Donnerstag. Hallo, ich bin Daniel Breyer vom Atelier Europa. Und ich bin Fabio Angulo Contreras, auch vom Atelier Europa. Und wir stehen hier heute vor der Mensa und machen Werbung für den ersten Europatag der Universität des Saarlandes, den wir organisiert haben oder noch organisieren. Ja, und es kommen viele interessante Referenten von außerhalb. Also zum Beispiel Glass-Tatje, ein Journalist von der Zeit oder die Leiterin des Perspektiv-Festivals. Aber es kommen auch viele interessante Diplomaten aus dem Ausland auch teilweise. Es gibt zum einen politischen Diskurs, also zum Beispiel Europa in der Krise, zum einen in der Verfassungskrise, zum anderen wegen der Weltwirtschaftskrise. Dann gibt es noch Berufsberatungsschiene, in der wir dann viele interessante Leute mit Europa-Bezug engagiert haben, die darüber berichten werden. Man kann sich dann auch in Workshops informieren, wie die dazu gekommen sind, wie die Karriere gemacht haben. Und es gibt auch Erasmus-Workshops. Also es gibt ein breit gefächertes Programm. Außerdem werden sich alle möglichen Institutionen von der Universität und aus der Brücken auch sich vorstellen, mit Europa-Bezug, dass man sich informieren kann und mal so ein bisschen in der Übersicht entsteht, was es überhaupt schon alles bezüglich Europa gibt. Und abends gibt es dann ein interessantes Abschlusskonzert mit einer Gruppe aus Marseille, die so Biker und Elektro machen und echt richtig gut sind. Und davor spielen noch eine Saad-Brücker-Band, so eine New-Kammer-Band-Zebra-Stoff heißen die. Und danach legen noch zwei DJs auf, La Mucca Confusa. Das Ganze findet in der Aula statt, aber nicht nur dort, sondern auch drumherum. In ein paar Gebäuden, in DI zum Beispiel, Gebäude A2. Und ja, wir haben auch vor der Aula bzw. auf der C-Wiese noch ein Zelt. In diesem Zelt gibt es einen Parcours, der plausibel machen soll oder zeigen soll, welche Wege man hier an der Uni, wenn man sie bestreitet, gehen kann in Richtung Europa, wie man sich selbst weiterqualifiziert, um in diese Bereiche zu kommen. Das Ganze fängt um halb zwei an mit einer Rede von Herrn Linneweber. Sehr interessant finde ich persönlich jetzt zum Beispiel die Podiumsdiskussion mit den saarländischen EU-Abgeordneten. Das Thema ist Europa, was bringt uns das? Das findet um selbst statt in der Aula. Also Hauptpunkt ist auf jeden Fall Aula. Und da hoffe ich mir, dass wir wirklich kontrovers mit den EU-Abgeordneten diskutieren werden, was die EU uns wirklich bringt, wie der Lissaboner Vertrag an §14, §16 modifiziert werden kann oder aussieht, wie die Stellung der EU-Richter sein wird, alles sowas. Ja, und das ist von uns, für Studenten, von Studenten, für Studenten geplant. Wir haben aber auch Schüler eingeladen und hoffen auf ein großes Publikum, weil wir ja auch im Prinzip irgendwo in der Mitte von Europa sind. Strasburg ist nicht weit, Brüssel ist nicht weit. Also das weitere Ziel des Atelier Europas ist quasi das Europaprofil der Uni an sich zu stärken. Dabei werden wir auch jetzt auch beim Europatag von der gesamten Uni unterstützt. Und auch gerade wegen der günstigen Lage sehen wir die Chance, dass gerade die Saar-Uni da interessantere Angebote noch für Studenten schaffen kann. Inzwischen gibt es ja schon zum Beispiel das Europae-Komm, bei dem man sich interessante Zusatzqualifikationen, Sprachkenntnisse, Geschichte, Politik erwerben kann. Und wir hoffen halt, dass das Angebot sich noch erweitern kann, da es ja auch in deutschlandweit jetzt so keine so große Uni gibt, die jetzt so von der Lage her vergleichbar auch sich so auf Europa spezialisiert hat. Und wir sehen da eine Chance und dass die Saar-Uni sich da eben so ein bisschen profilieren kann in dem Bereich. Soweit die Mitorganisatoren des ersten Europatages an der Universität des Saarlandes. Das sind unsere Empfehlungen, die Empfehlung der Woche von Orga TV. Dringend das Angebot des Europatages nutzen. Also irgendwie die Chance ergreifen, zwischen, nach oder vor den Vorlesungen irgendetwas hier im Bereich des Programmheftes sich auszusuchen. Und wenn es nur ist, sich wie gesagt ab 11.30 Uhr am Europabuffet in der Mensa entsprechend verköstigen zu lassen. Aber es gibt, wie gesagt, es wurde im Beitrag schon erwähnt, eine ganze Menge von interessanten Veranstaltungen. Seien es Berufskarrieren, die vorgestellt werden, sowohl im Bereich des Journalismus, im Bereich der Rechtswissenschaft, der Wirtschaft oder im Bereich der Wissenschaften generell. Oder aber auch entsprechende interessante Workshops zu der Idee, wo kann man in Europa arbeiten, was kann man als Student entsprechend tun, um Berufschancen in der Großregion zu nutzen etc. Oder eben dann dem internationalen Abschlusskonzert zu lauschen am Abend. Also es ist wirklich ein sehr buntes europäisches Programm, das hier zur Verfügung steht. Und nochmal der Aufruf, bitte das Angebot des ersten Europatages doch nutzen. Morgen ist Europatag an der Universität des Saarlandes. Ja, was gibt es inhaltlich von Orga TV heute noch? Wie immer, immer ist ein bisschen übertrieben, aber wie neuerdings seit diesem Semester bei Orga TV, haben wir auch in der Sendung den sogenannten Orga TV Wodcast, den wir zeigen möchten. Der steht ja jeden Freitag zum Abruf oder eben als ASS entsprechend zur Verfügung auf unserer Webseite. Aber wir zeigen auch in der Live-Sendung entsprechend das, was wir in unserem Wodcast dann produzieren. In der vergangenen Woche hat meine Kollegin Karoline Jorzik ein neues Entertainment-Programm oder eine neue Entertainment-Plattform vorgestellt. Und zwar die Plattform www.welike.com. Das Ganze nennt sich Social Entertainment Network und es geht darum, dass man sich mit Freunden austauschen kann, was sind meine Lieblingsfilme, was ist meine Lieblingsmusik, was habe ich zuletzt gelesen etc. Und wie das genau aussieht und genau funktioniert, das erzählt jetzt Karoline Jorzik in unserem Orga TV Wodcast. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Orga TV Wodcast aus der Universität des Saarlandes. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, was Social Entertainment Networks sind? Wenn nicht, dann hört doch heute mal genauer zu. Denn mit www.welike.com stellen wir euch eine Plattform vor, die in diesem Bereich tätig ist. Es handelt sich dabei um einen persönlichen Erfahrungsdienst in dem Bereich Musik, Film und Bücher. Was könnt ihr machen? Ihr könnt viel einfacher dadurch Filme, neue Musik oder auch neue Bücher entdecken. Wie das genau geht und wie das Ganze aussieht, das schaut euch doch selbst an. Was hörst du? Welche Filme magst du? Welche Bücher hast du schon gelesen? Das ist keine billige Anmache. Nein, so oder so ähnlich könnt ihr nach erfolgreicher Registrierung dann eure Mitmenschen kontaktieren. Als registriertes Mitglied könnt ihr die neue Welt aus Interaktion und Unterhaltung entdecken. Nach der Anmeldung bekommt ihr automatisch Musik, Film und Buchempfehlungen, die speziell auf euch zugeschnitten werden. Teilt in euren Profilen den anderen Usern mit, was ihr gerade hört oder vielleicht auch seht, indem ihr zum Beispiel eure eigene Playlist erstellt. WeLike.com bietet euch die Möglichkeit, mit Menschen zu kommunizieren, die einen ähnlichen Geschmack haben oder euch vielleicht inspirieren. Neben der Funktion einer Social Community bietet die Plattform ein umfassendes Produktangebot im Bereich Film, Musik und Bücher. WeLike.com befindet sich zwar noch in der Beta-Phase, aber verspricht jetzt schon eine große Gemeinschaft von Usern anzusprechen. Aber was ist nun das Besondere an dieser Plattform, was es von anderen Social Communities unterscheidet? Naja, zumindest gibt es eine große Reihe von multimedialer Features, wie beispielsweise Filmtrailer, die man sich anschauen kann, Fotos oder auch Playlisten, die ihr euch für eure Lieblingsmusik anlegen könnt. Seid ihr also bisher planlos durch das große, weite Web gereist oder gesurft, dann könnt ihr jetzt mit diesem Dienst euch ein Navigationssystem zumindest für die Bereiche Musik, Film und Bücher anlegen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei, denn für jede Freizeitgestaltung sollte man doch ein wenig in diesen Bereichen rumstöbern. Bleibt mir treu und habt noch eine schöne Woche. Tschüss. Ja, vielen Dank, Caroline, für die Tipps in dieser Woche wieder bezüglich der Social Network Applikation. Für die, die es noch nicht wissen, Orga TV schaut sich jede Woche einen neuen Dienst im Bereich des Web 2.0 an und stellt diesen im Orga TV Wodcast vor. Ja, mir bleibt nur noch so viel, ein paar Tipps für die kommenden Tage zu übermitteln. Zum einen natürlich morgen, ganz wichtig, Europatag, auf jeden Fall hingehen, sich das Programm oder zumindest einige Programmpunkte anschauen. Dann natürlich für diejenigen, die sich für Medienteoretiker interessieren und das sind unsere Studierende der Veranstaltung HR Organisation und Kommunikation, bitte in den nächsten Tagen auf der Orga TV Webseite sich umschauen nach den Filmen, nach den Filmen on demand zu den Medienteoretikern und an Orga TV Zuschauer natürlich der Aufruf nächste Woche, Mittwoch 18.18 Uhr wieder einschalten für Orga TV und bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.